Herzlich Willkommen zu einem neuen New Pokemon Snap Video. Hier geht es nur ganz kurz darum, wie ihr ein 4 Sterne Ledean Foto schießen könnt. Ebenfalls solltet ihr damit einen Auftrag erfüllen können. Erkundet den Dschungel in der Nacht mit mindestens Level 2. Wenn ihr hier kurz nach der Abkürzung, welche ihr nicht verwendet, den Scan einsetzt, seht ihr, dass sich hier oben rechts ein Kleoparda befindet. Dieses Kleoparda müsst ihr mit einer Leuchtkugel treffen. Nun haltet einfach hinter eurem Neowon Ausschau und wartet bis das Kleoparda kommt. Es stellt sich vor euch hin, wenn ihr nun einen Apfel auf dieses Pokemon werft, rennt es weg. Nun sehen wir hier oben auf dem Baum ein weiteres Kleoparda. Dieses wird euch nun nach unten schubsen. Wenn ihr nun hier unten bei den Ruinen seid, werft eine Kugel auf die Kristallblume. Wenn ihr nun einen Apfel zu Ledean hinwerft, könnt ihr ein 4 Sterne Foto schießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.